hallo mein name ist claudia und ich habe vor zwei tagen das medbett getestet ich bin total begeistert davon es ist so genial diese starken und unterschiedlichen frequenzen zu spüren dazu kann ich sagen ich bin seit über 30 jahren energieheilerin und spüre dementsprechend und sehe zum teil auch diese frequenzen ja ich habe so angefangen wie es gesagt worden ist erstmal mich einfach nur hingelegt und gespürt und habe diese sehr 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 starke energie gespürt die den ganzen körper durch kribbelt hat und beim scannen war es so dass es an den füßen angefangen hat und sich langsam nach oben gearbeitet hat und mir bei jeder struktur die ja die ein bisschen nachhilfe braucht die nicht so ganz in ordnung ist stehen geblieben ist die energie und und hat es mir sozusagen ja gezeigt was da nicht in ordnung ist ja das habe ich denke durch den ganzen körper machen lassen und habe mich dann auf die feinstofflichen energie körper fokussiert hat mein herz sehr stark öffnen lassen das beobachtet was da so passiert phänomenal und die hat die einzelnen aura schichten durchscannen lassen und reparieren lassen ja ist schon ist wirklich faszinierend als auswirkung habe ich etwas wahrgenommen mir war wochen oder vielleicht sogar monatelang ziemlich kalt was ich darauf geschoben habe dass nun winter ist und ja da ist es nun mal kalt aber nach diesen acht stunden im medbett oder vielleicht fünf stunden im medbett seitdem ist mir nicht mehr kalt also mir ist richtig schön warm den ganzen tag und die ganze nacht das finde ich schon erstaunlich also ich würde total gerne mitforschen die möglichkeiten austesten was mit dem medbett alles so möglich ist wie es aussieht in punkto verjüngung was da so machbar ist was möglich ist bezüglich der hormone ob es zu schaffen ist die hormone wieder anzuheben auf ein maß wo sich ja frauen in meinem alter mit richtig wohl fühlen ja also ich wäre gern dabei tschüss